Wir haben uns heute Abend gebetet, ihr werdet in der Klasse angehen und am Gottesdiensten sehen. Herr Jesus, willkommen von dir zu Marius, wir danken dir für das Morgen, was du uns erleben lässt. Wir danken dir für die genügend Zeit, wo wir uns von dir genießen können. Wir können abkicken und wir beten an deine Begleitung, wenn wir in deinen Worten entkicken, weil wir die erreicht werden und wohlgefährlich sind. Ich bete, dass du uns versegnen durch die Klasse und durch den Dach. Dass wir können dort, wo du uns gemerkt hast und dass wir dich verherrlichen machen, dass wir einen guten Geruch werden in der Angebung, und dass viele Menschen, die uns leben können, getragen wurden. Und es geht nach Haus und Vater Haus. Dass wir auf dem Weichdorhen sind und dass wir in den Reichdorhen kommen, dass wir uns gebeten. Amen. Gut, ich habe hier von dir ein paar Bilder gemäht. Das Bild, was ich für diese Lektion gemäht habe, dass ich ganz einfach gemäht habe. Ich habe ein bisschen komplizierter Tüß auf meinen Stadis. Dort sind so eine Wort, hier sind Dörche geworden. Die wollen meine Nummer und die wollen die Bilder sein. Und wenn ich Tüß nicht durchflotte, habe ich nicht ganz die Säte mal. Ich mal dort Tüß, dann deckte ich das auf den Stadis nach. Das ist für mich ein großer Segen, das sind Wasser, die luren nur das Bild, die wollen das Bild sein. Und die bedanken sich für die Klasse, was er dort auf klarer gemäht hat, mit dem Bild da hängen. Und das ist für mich ein großer Segen, wenn sie mit meiner Mutter sprechen. Das ist nicht so, dass ich allein jemand sagen würde, was Gott seine Worte aussprägt. Und wenn wir dort alle Taub haben, da waren wir von der Bekäten, wenn wir alle Taub und Gott sind Worte schaffen, dort haben wir sehr viel mehr Kraft und uns fehlt dort alle, wenn er ein Ander war rein. Und wir wollen da von der Bekäten bekäten, wo dort gerade Arbeit, weil wir gemeinschaftlich mit Gott seine Kängertäub sind, oder weil wir gemeinschaftlich mit Gottlause Taub sind, wo dort Folgen haben. Alles, was wir in Leben tun, dort hat Folgen und da weiß wir. Da brauchen wir uns nichts sagen, wir wollten dort, dass Folgen haben. Gut, ich war hier im Anfang, so habe ich meine Klasse herausgemerkt. Ich habe eine Geschichte, ich habe, ob meine Ohrbäder steht, habe ich eine Family Life Radio. Und dort kommen die so eine fern und merkende Geschichten. Einmal, ich dachte gestern, ob meine Ohrbäder, die stünde ab einzustellen, bevor ich hier nachgegangen werde. Und dann sage ich, wo ist die? Und dann sage ich, der Arm, der da war ich. Und dann sage ich, freu ich ihm, was er ihm, der da war ich, der da war ich. Und dann sage ich, der Simpapa hat ihn untergespratzt. Und dann will er mir sagen, warum er ihn untergespratzt. Und weißt du, warum er ihn untergespratzt? Er hat nicht mehr zu schaffen. Sein Papa, der hat wohl getan, er soll ein Mautjahr sein, wenn er mit mir taubt wird, zum Schaffen. Und dann fällt das schwor, er ist ein grober Junge. Und dann fällt das sehr schwor, er will er nach dem Rauf. Er wird gleich, wenn ich ihm da mal nach dem Rauf halten, dann wird er ein Bett vertreten. Und so sind wir fertig. Ich dachte gestern, so sei er an, so sei wie Färten in uns leben. Wir sind mautlos, und wir sind bedrägt, und uns fehlt, dass da irgendwas wäre, und das Wort wird dann, dass uns der Schaffen scheiner ginkt, oder überdelt sein scheiner ginkt. Und wenn wir so färten, dann fuhren wir nur anrechte Dinge. Ich dachte gestern, das war immer an. Und wenn wir so färten, dann sehe ich, wie uns Dänger wird uns allen mautig merken. Und wenn wir so den ganz wahrsten Maut, was wir uns kennen merken, das war wie Jesus in uns Horthand, ob er nichts ist dort. Nun, wo ich nur die Geschichte gehören, wird ich über Family Life Radio hier. Ein Junge, der sagt, ich komme hier ein Bett, ich hoffe, das kommt dann auch auf das Video hinab. Das ist ein Junge, der sagt, er zinkt, wie der Wurst kam, dort hat er anfangt geladen. Wenn, dort wird er so lange alt gewesen, und nun hat sie in der Früh durch ein Bett eingestockt, und nun hat er zinkt und fangt zu leiden. Und dann sagt er, heute haben wir nicht ein Guter Repair machen, aber sie hatten noch nicht so reich genug Geld, haben einen Plummer angenommen, weil dort wird keinen fixen. Und wer bekann das, mit so einer Dinge aus dem, wo die sich verhauen, hoffentlich sind, wo es, ich bin ein Guter, ich bin ein Büchmeister, ich weiß gerade, was passiert, wenn das ein bisschen ält ist, weiß ich vielleicht alle, wenn das ein bisschen hart geworden ist, wenn heute das Wetter durchgekommen, dann waren die Gummringen hier bei dem Tramper ein bisschen hart, dann stückst du ein bisschen an, dann halbte du nichts, das du anholen, das vergesst, das bleibst du am Lagen. Und was mich von Anfrieden, das habe ich auch getan, vielleicht habe ich irgendetwas, wie ich von Ihnen das auch mal getan habe, wenn du alles hättest. Wenn du alles hättest, wenn du es probierst, zu wechseln, was ist das? Du hast du einen groter Glüten, wo der Schlag sitzt, und bei der Teeb, immer war er, dass er wieder der Ferienquatsch kam, Ferienquatsch, Ferienquatsch kam. Da war er nichts schaffen, eine Gummstrahlung war er noch. Man hat ihn ausgenommen, man hat eine Gummstrahlung, aber das wird nichts gemacht. Er verglich hat er dort mit uns leben, so war er fertig, so war er fertig, so war er in uns leben, und da war er heute hier gemalt. So fanden wir in uns leben, du hast uns wieder eingestellt, und du kamst dort weg, du kamst eine Räder raus, und wir fangen an, entweder mit Teeb, oder an Kurita, hier im Bild habe ich noch an Kurita gemalt, oder wir nehmen einfach mal in die Nudel, und probieren die Räder dort hin, und wir leben wie Plästern und daunen, wir sägen nur, dort werden geholt, wird uns aus, ob uns weich, werden zwei gemerkt, wir sägen dort zu fixen. Und ich hatte Kriets hier gemalt, weil wir uns doch mal im Falsch lesen, was ich da sage, wird wir im Krietskern daunen, für seine Troubles ausdehlt. Jesus, der sage ich dir ans, was du willst, ich will Hüten nie geben. Du brauchst gar nicht, Proven Hüten heute, für dort Haupthüten, statt Schwerer zu einem, und ihr habt die Graute dröhnen, und was immer, und auf der Leiste erredet. Und wenn ich Hüten war, ich will Hüten nicht geben, wir wollen es hier 14 Falsch lesen, und es steht dort, wie uns für sieben, mit dort Repäern, kommen wir nur Jesus, und um Kriets, und heute auf uns, in Niedtort. Ganz Niedt, das ist nicht fair, und das sind uns, wie wir den gleichen Tahan, was er merkhaft gesagt hat, und das Kriwi. Wollen wir uns mal lesen? Hesekiel, Hesekiel, ich werde hier, und Wann tofeln, und geschrieben. Das Falsche hat sich vielleicht bekommen, denn Hesekio saßendartig. Hesekio saßendartig, in einem Dorf Falsch 25, in Sassendwintig. Wenn die Dorte auf dem Bisch riefen, ich weiß nicht. Das Bild wird die Gonsleichthörn aufmachen. Dort habe ich eine gute Wahrheit. Ich brauche einen großen Sehen. Ich dachte an, wofür habe ich in meinem Leben, als es das geschafft hat. Aber ich habe das Falschkein. Ich wollte ihn lesen. Ich wollte ihn lesen. Ich wollte das Wasser über den Spratzen, so dass du rein waren. Ich wollte von all dem, was du auch reinmärkt. Und von all dem, was du auch reinmärkt. Und ich wollte ein neues Hort geben. in einem neuen Jäsen in Jönsagen. Ich wollte das steunende Hort über den Jönsagen in Jönsagen in Jönsagen ein fleischendes Hort geben. Ich habe in der Bibel gebrofte, das ist so. Das ist so. Das Hort, das uns keine Frieden gab, wo wir uns Färten sehen haben, die uns mit allerhand allrechte Dinge am Leben machen. Färten haben wir allrechte Gemeinschaft. Färten nehmen wir allrechte Dinge an. in der vierten Sieg, weshalb es Plätsch, irgendetwas, was hat er per, und das schaff nicht. Das blieb dann in Arie. Und dann habe ich hier so ein Scheinpart in der Bibel in Ezekiel, das ist für frei. Das ist für frei. Das braucht nicht nur eine Droh in der Nudel, das braucht nicht Teb nicht. Das habe ich für frei. Amen. Okay. Nun wollen wir noch unsere Lektion gehen. Wir wollen uns durch Dinge betrachten, was uns sollen in unserem Leben sein, dass wir mehr sich haben, wenn die Versuchung in unserem Leben umkommt. Und dort habe ich das Bild gemacht. Wir kommen in der Bedienung und das Welt ver erklären. Wer läuft sich, was dort bedied? Was ich erzähle ? die Molde haben. Was? 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 Das ist gut. Ich habe dann ein Bild gemacht, wo ich diesen umdrehen Baum hatte in der Gruppe. Was? Was? Ja ... Ich ... Ich war gleich dort, wenn wir ein bisschen geräbeln, was das können wir dienen. Lass wir wieder in den Gruppenbahn. Oh ja, ja. Ja, was sagt, hier alle meine Bilder, ich bin nicht so confused, nicht? Aber den soll es in Gruppen, einmal zu sagen, einmal zu sagen, nicht? Was wird von der Bahn aus von der, ist bloß Sommerbarsch? So, das ist bald Sommer, und dann hängt uns in der Sommerbarsch, von der ist der Sommerbarschbahn. Und da ist halbwegs angeglied, und ob uns fängt an, da ist noch zu reden, in der Sommerbarsch, oder was auch immer, fängt an, wenn da jetzt nicht angeglied ist, da die holt da, die holt da, da rüht, dass wir da reten können. Und das hat mich von dem mit Angst verglichen, wenn wir mal ganz in den Kenner sahen, dann sah wir ein Klotz hier unter das Gruppen, dann sah wir hier unter das Gruppen, dann stuhl wie hier nicht besitzt, wie lange wir datieren, wenn wir das einbrach, die Gruppen so im Scheinrecken merken. wird never passieren. Da wäre wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir in den Kängern einen guten Geruch haben. Allein, wenn wir hier allein ans flamm gebrannt haben, Proven und guten Geruch, wenn wir hier allein sind, aber uns hast dich püßt an den Wind und füßt das flamm geüht. Stimmt das nicht? Nämlich wir an Gott sehen, dass uns an Dagen hat. Wenn wir hier sind, hier brückt sehr viel Wind, weil das flammt uns stark mit Ud Püßten. Das hat hier als exemplo gemacht, wo uns leben sind, wo viel bet das ist, wenn wir Gemeinschaft haben, man kann sie in Kängern. Und wenn die wird kräg angedreht, passiert das auch. Weil wir auf eins kleine Flammtje, die da hat, nur eine anrechte Gesellschaft bringen, wir rennen fort so wie eingestellt, rennen fort so wie Matja reden, mit den nächsten sind vier Flammtje, und der rett uns machen. und da passiert so ist das. So ist das. Ihr wollt an denken. Wer hat mal nicht wollt, was errichtet tun, ob er während er hat errichtet Menschen, die war es ermerklich, als er dort nachgeglappt. Ich habe das letzte Weg noch getan. Oh, das wäre mir bloß er gehen an. Und dann ist ihm das so schuld. Und da wäre wichtig, dass wir uns denken halten, wo eine Gemeinschaft wird sein, wo unsere Power errichtet, wo errichtet. Die Schrift sagt uns, er hat uns gemerkt, verarmt den lieblichen Geruch. Was war uns dort mal im Versch lesen? 2. Korinther 2. Korinther hat gehört in hier an Wann Tofu non schreven. Hat war den Raud tent. Ich sage mal, dass die Bilder, ich meine, wenn ich in Bibel fahre, ich sage mal, dass es Thomas ist, wenn ich das jetzt mal, dann kann ich ein kleines bisschen klar sein. Wenn ich das so ein kann. 2. Korinther, aber doch, gleich habe ich ganz, ob die Bibel gegründet habe, wenn es nicht von mir kommt. 2. Korinther, das ist ein Blitz, das muss ich auch mal direkt reichen, weil die Fans geschrieben haben. 2. Korinther 2, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien. 3. Korinther 2, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, 3. Korinther 2, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, 4. Korinther 3, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, 4. Korinther 3, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, 5. Korinther 3, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, 5. Korinther 3, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, in der Verschaffstien, und man könnte verloren gehen. Und nun, weil ich hier ein Ding in der Bibel erwähne, ich habe gesagt, was für ein Fan falsch wir hier haben, was Himmel krack, wie passiert das? Wir sind verarmen, scheinbar Geruch. Und was hat denn Geruch im Leben? Was muss ich sagen, wenn das Gruppen, Sommerbarsch, Bernhafen, da fangen sich ab, abends fangen die Meer an zu gnaden. Das ist auch, wir sind als Christen, wir sollen in Schreiner Geruch sein, dass irgendwer am Anfang der Jankerin, ein Christer sein. Und mein Gebet als Ammer, dass ich mein Leben würde kennen, so soll ich am Haar gegebt haben, dass Menschen, dass merkhaftig sage, ob nur Jesus zu kommen. Und ich freue mich an dieser Tag, an seiner Genut, dass er mir die Genut schenken würde, wenn einer auch geschworen hat, wo einer Lerch ist, in einer Welt, ob er für den anderen ein Segen sein kann. Und dort hat er auch, wie an zu einer anderen. Wenn ich einmal einen schweren Tag habe, dann lehne ich mich ein bisschen, dann werde ich vier flogen, wo er gerade. Dort hat er als Fan, wenn wir Gemeinschaft haben, mit Gott zu ihnen kennen. Und jetzt wird er auch noch eine Städte erwähnt, wo die Jünger, die Jünger sagen, wieso darfst du mit den Gottlosen zu beten und trinken? Er ist ein Stoppikant. Wieso hast du Gemeinschaft mit Gottlosen, sagt er die Jünger? Und er kriegt die Fräule, weil ich anstelle. Wann wir nicht mehr wurden, man Gottlose geschickt, als Missionoren, man Gottlose Menschen, wo er drauf ankommt, wo wir ins Martensäu, holen, dort bin ich mit der Sinn, mit dem Matron. Woher wird Gott, so anzeigen, Gott verkündigt dort auf den Jüngern, die Sohne, das ist das Falsch, das ist das Falsch, die Sohne, die Gäude Bautschaft von Jüngers, Manktei, der gerät worden, wo er gleich ist, dort auf den Jüngern, die Verkündigen, und dann sagt er, hier, und ihm Falsch, ob Manktei, der verloren geht. Es steht nicht vor, wann wir die Bautschaft Manktei bringen, wird verloren gehen. Ich wollte nicht ein Ding sagen, wann wir über uns selbst, wenn wir über uns selbst, gehen, die Bautschaft, wir wollen da Falsch überprüfen, die Püsten, man ist da Falsch. Wenn wir Menschen, das Öffentliche, in der Kirche, dort ist es so sehr wichtig, dort wir auch gestärkt sind, von der Gemeinde, von einem Freund, soll auch da überprüfen werden, der schlagt mich da Falsch. Kann ich sagen. Ich bin nicht an meinem eigenen, und dann ist es so selfish. Gott, der dort ist ein Gott, der will haben, wir sagen, uns innen und unter, so geht es an einer, aus sich selbst. Wir sagen, ja, so geht es an uns selbst. Und da wir in den Säuferten, oh, I'm the man. Das passiert, so ja, und Gott sieht den Dreck. Das soll wir fährten, und Gott sieht den Dreck. Und dann sagt einer, hey, ich kann mir nur meine Fülle flogen. Das wird mich nicht leicht, wie er auspüsten. Ich werde den Gruppen heute merken. Ich kann das. Und dann, ich habe, bueno, das wird ein Mond, das ist nicht gestorben. Mein Papa ist ein Primo, ein von denen sind ein Primos. Und, weißt du, was ich einmal gesagt habe? Ich will meinen Tendel nicht in die Kürtel angeben. I'm the guy. Ich weiß, wo er da geht. Sei er selfish. Weißt du was? Ich will nicht sagen, dass ihr unbedingt den Tendel machen in die Gemeinde angeben. Aber ich soll das für eine sehr gute Städte an. Dort ist eine Städte, wo der gauder Geruch ist. Du hast ein gauder Geruch, und wenn wir das Tendel da angeben, oder was auch immer wir geben, und wenn wir als Missionor rüttgen, und wir sind alle Missionoren, wie dann in Fera Gott seinen Dreck advertisen, oder wie dann uns selbst in den Diefel seinen Dreck. Dort weiß wir alle. Wir haben das Fährten gehört, und dort ist dort weit wie. Gaud. Ich kann hier noch eine Bibel fragen, wenn wir hier allein stehen, den wollen wir auch noch anschreiben. Wollen wir uns mal lesen? Offenbarung, drei, Saftieren und Saftieren. Offenbarung, Drei, Taftieren und Saftieren. Ich kann das falsch auch lesen. dann habe dort den ein Perk gedresst. Dort sagst du es dort, ich weiß die Werke, das wo ich abhügtig bin, abhügtig, dort hat mir das nicht klar genug erklärt. Ich weiß die Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt noch warm wärst. weil du aber low bist und weder kalt noch warm werde ich dich aussparen aus meiner Munde. Wenn wir mit uns klingen flogen, dort ist nicht kalt und nicht heute, dann ist es selfish. Wenn wir uns hier mal was die Bibel betrachten, wird uns das Ganze erklärt, was ich hier geschrieben, und wo ich was die Bibel betrachten, dann will ich an Klienbed Bemerkungen abmerken. Wo ich habe, wie mein Gotteskänger gelangt, dort aus dem Anz Mord machen. Das ist der erste Punkt. Mord machen. Wenn ich schwere einen Tag habe, ich sehe mir Gotteskänger Gemeinschaft ab, und ich sehe, dass ich mordig kommen wollen. Ich brauche nicht selbst unter Repair immer, wenn ich das mache. Dann sehe ich mir Gotteskänger ab, die Mord mehr. Und wir wollen uns lesen, Matthäus 8, hier in Versch 20. Philippa 2, 1, pardon. kann hier Philippa und 2, 1, 2, 1. Ich kann es lesen, ich kann hier einen Schiff kommen. Vielleicht will es merkt begint ein oder andere mordig in Christus, treu ist leucht tollig, habt ihr in der Gemeinschaft seid gegründet vom Hortengaut und könnt ihr mitfällen mit euch mit Lieden. Kann ihr sagen, wir haben so perfekten Versch in der Bibel und wir können mit dem Fallen und den Lieden und wenn es wird bloß einen Stab nehmen und leiden dann fehlt mir dort in anderen Sinne Gemeinschaft wir haben hier bloß ein sehr fern Versch und Philippa 2 Versch 1 wird uns dort sein der wichtig ist dass wir in Gottes Gemeinschaft sind das nächste ist dann ist Jesus Mad Magen dann ist Jesus mitten unter uns mal lesen Matthäus geernt weil wir Gemeinschaft haben als Gottes in den Känger fuert das Jesus der Mad Magen an das in Goudat Trost was wir in der Bibel haben und das nächste denke dann soll wie Storke Prediger Prediger Feuer Versch 12 ich kann es lesen und hier hat mir eine kleine Geschichte vertelt Prediger Feuer Versch 12 sagt es steht einer mag überwältigt werden aber zwei mögen widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei dort wird wie so es hat gesagt wir haben viel mehr Power wenn wir uns taub stehen ich sage ein kleines Videoclip dort wir in den Jungle und wir entpeert dort wir im Jungle haben wir im Jungle kennt ich glaube in Belize in Bacalar ist hier einer durch im Jungle ich weiß nicht wer bekommt die mit den Jungle sind wo du gefahren können sind sollt ihr noch mal ein bisschen zusammen platten oder erst dort sind ja ich sage einmal im Jungle wie ein Swamp und steht wo Blatt wird und dann Bläder immer gewährt und dann ran dort ein Piet Munk und dort Peter bliv so so er stehken dort geht über den Holz und konnte never mehr rüht und Peter krägt sich das steht rum und krägt sich rum und gefft der blitz ab und dann kommt du ein Mond vorbei und dann sitzt dort am Swamp und schmiert einen Strang über den Kopf und raubt seine Partner und wollen Peter rüht rüht und dann rühten sie alle noch mit einem Pirt und dann sagt oh oh das Pirt wird beschädigen da wird den Holz auf rüht und dann schmieten sie noch einen Strang über das Pirt so wie rüht bloß der Kopf steigt das fährt und sie kriegen da immer einen Strang und da wird keiner in den Swamp nennen dort hätte nicht auch selbst in er gered wo wollen sie das Pirt halten dort ist der Fass und sie sind in eine Eng und dort geht wieder in er kriegt immer beyond der Gerutschlauch und dann ab eins fällt das ein B weißt was wir hier waren down bring mal alle Pirt her und dann bringen sie die Pirt und dann spreng sie die Pirt ram den Swamp und dann fangen die Pirt an ram den Swamp heran und dann sitzt der Pirt dort wo du in den Swamp hast seine Amigos seine Freunde verlassen dich da ram ober das jankert mir auch ich jankert auch und weißt was da Pirt hat das Video clip weißt dass Pirt fängt Salz an zu proben das fängt Salz an zu proben immer wenn er er kiegt und weißt was noch Pirt kann Salz rüut da kommt Salz rüut ohne den Strang und ohne dass sie anders halten als dort den Anfluss heran sich zert den golden geruch wo der rüut kein er stoppiert den Maut sich war noch einmal der letzte Power an Strang in Apokont ab stehen so noch ein denk ich kann hier noch ein paar dänge ich kann nicht tabu sich überraschen aber hier ob das war noch ein Geschächt für taun ich kann es noch ein denk sein der Wort Gemeinschaft mag Gott seine Kenia sehr wichtig ist dort als dem ons to mon seren jen were it son wo krieve vermohnt wann bis an besied geklug wat er jens we er jens walt man trans vermohnt oder wat da oina an korek ab ein star do war in got seine Kenia we krieen vermohnt euch got seine Kenia wat je wort dort er ist 20 jahre dan fuhr wie mo no oina lied besied agwa hier keine nume sein aber wir sind an paar städten ist dort gewaft wie fuhr mal no oina lied besied wo du die wohnt in wie wüssten dort die wohnt in vielleicht in grauter armut da wir fehl sind seuer fehl sind na fahr wir mal noch die lide fahr wir die besiegen und als wir dahin kamen die lide wir so erschrocken dass wir dahin kamen die kreuten uns nicht mu fuhr zu nennen wir haben da mal so je gauhen da ist wir hier kamen noch schwimmen mit was ab riemen dort soll die nicht sein we we sagen we we dort seuen die menschen die seuen dort wenn irgend du noch was schwimmen machen was ab riemen wenn wir nicht ganz frie sind we in we sollten du in Luden die wurden ans name kreion oder begrüßen kommen we so du wipst die dör forbi and art forbi what down there and on time there rüten all the excuses whatever can from dach ober wie mus nach ditten jahren what what am ober 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 Aber jetzt habe ich was passiert. Ich sehe hier die Gottesgemeinschaft aus dem Rennchen. Und ich sage eigentlich auch, dass jeder da Rennchen braucht. Und ich weiß, was passiert. Die fangen mit Rennchen an, als die Gemeinschaft wird. Die Gemeinschaft bringt aber dort etwas Rennchen. Das ist deutlich. Und die fangen mit Rennchen an und die bekleiden sich. Die sehen, was ich war in der Kirche, wo wir 20 Jahre haben gesehen. Du hast noch niemals nicht die Prediger, nicht ein anderer. Du hast keiner gekommen, um uns zu besiegen. Und dann sehe ich doch nicht. Und dann sehen sie, wo ist ein Jüngstensbegefall, um uns zu besiegen zu kommen. Na, wie können wir uns von der Schule hören? Wir haben immer gedacht, dass nicht die Prediger oder wer immer noch einmal besiegen wird. Und die bedanken sich. So sei er doch, dass wir gekommen wären. Und dann, wenn es fern und dieses Lied will, wir messen uns weiter. Und ich will andere Menschen in der Gemeinschaft mal bemerken. Wenn die Menschen weiten, wo du leidig bist, wo du leidig bist, wo du besonders bist, wo du leidig bist, wo du leidig bist, wo du noch einmal besiegen bist. Das war ja ein großer Segen. Und vielleicht zwei, drei Monate wieder für die Fraschen und der Lied. Und sie erwartet uns. Weißt du? Nun verleiten die sich alle ab. Nun hat er endlich mal wieder angekehrt. Und weißt du was? Die hatten ihr Haus von Bernrand gemerkt. Die hatten die Banken, wo wir oben sagten. Und das erste Mal, als wir das sagten. Die hatten da Kasen und Heingen und Klampus. Und da war jetzt gleich den Schmuck abgeriehen. Und weißt du was? Die hatten sich so sehr am Proof. I think that was amazing. Und die lauten uns zu einem. Und dort hat ein Bett schwor. Da wollte ich nicht sagen. Hamburgersers. Die hat sich schwor ab. Die klüht da am Bett. Aber weißt du was? Du weinst auf Gott. Und so gemerkt. Alles was in uns nahen geht, wird uns nicht schwein schmecken. Er bewahrt uns. Und weißt du was? Und wir hatten so eine große Freude. Und wir hatten so eine große Gemeinschaft. Und wir hatten so eine große Gemeinschaft. Und wir sagten das für Gott. Das gleich. Wenn wir als Gott seine Kinder uns in die Gemeinschaft haben. Wir hatten so eine große Sehung. Ich kann einfach sagen. Und ich muss geräbeln. Und ich habe nicht gehört. Aber wo hat so eine Sehung gehad. Für Gott. Und dann dachte ich an den Versch. Wo zwei und drei in meinen Namen tipp kommen. Dass er mit einem Mann kühlt. Und dass er einer kühlt. Den Versch. Den haben wir uns hier gelesen. Wo zwei und drei. Ich glaube, das wird er. Gut. Und dann können wir noch mal nach einer anderen Stelle. Ich will hier auch nicht nur um sein. Das wird ein Lied, das hier werden. Mit Angst, Haupt. Mal. Mal. Und meine Frau. Und die Frau. Die hat ein großer Kontakt. Die Frau. Die hat ein sehr broken heart. Die hat viele, viele Erinnerungen. Immer. Seht ihr, dass das war. Das war. Kannst du mir das flachen? Kannst du mir das flachen? Und was das erwartet. Einige Menschen. Immer. Wenn ich ankomme. Hey. Sag mal was für mich. dass es nicht so gut ist. Kannst du es tun. Immer. Was dreist du mir. Ja. Ich treu mich mal. Und wenn einer das gelegen hat. Er hat doch nur Jesus geführt. Dort ist. Dort ist es. Und diese Frau. Die schreie immer. Farben. Und ich wünsche mir den Frau. Ich fühlte auch Gottes Segen in der Stadt und habe uns einen Tag, dass wir ein Viertjahr wieder ans Anniversary nach Chihuahua fuhren. Ich meine, früh fuhren vor einer Nacht nach Chihuahua für uns 25 Jahre zu befrieden Leben. Ein Tag, wo ich mit der Hauptstadt eine kleine Städte bekämpft habe, dass wir sehr spannend sind. Wir wollen nächsten Tag drei sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen wieder wachen wollen. Als ich drei bei Quak-Temok war, dann lehrte Gott mir ein Wort. Ich habe dich so gesehen und du bist mein Kind. Ich habe mich so gesehen mit meiner Frühtaub und wir hatten so einen guten Tag. Und dann vermorgen ging es noch, wie wir im März bei Quak-Temok, und ich habe gesagt, »Nu will ich dir noch wissen, wo geht ich dir sein?« »Nu will ich dir dort noch wissen.« »Nu fuhre ich noch mit deinem Lied.« »Wow!« Ich dachte so, »Na wow!« »Wann es Anniversary in Gauten Tita, nur noch mit deinem Lied fuhren?« »Und ich will mir dort etwas wissen, und ich weiß, dass wir dort an die Thron kommen, wo geht Gott an zu uns.« »Wann es uns etwas wissen, dass, wo geht es uns?« »Wir fuhren mit deinem Lied.« »Dat wir auch um 5 Uhr gehen, und ich denke, jetzt, meine Helden in der Stelle, und die sagen, »Somebody is home!« »Somebody wird in den Haus«, und kein Blaine wird nie berührt.« Und dann sage ich meiner Frau, ah, das wird das Lied nicht gelassen. Das habe ich gesagt, das Sandhuis. Wenn wir in der Allemal gewassen, die Leute sich gleich nahe, wo ich ankomme. Und dann geht es an der Anputt drin, puttet an, bleibt es bloß Tarko stehen, puttet an. Und auf einmal merkt es, dass die Frühe auf und dann wird es vorig. Ich glaube, es ist ein Brasso und ich kreier, ich kann ja auch von hier werden. Und dann gucke ich an, aber dort wird es trügerig. Trügerig, trügerig. Und dann gucke ich an, da hängt eine Stoff an und dann funktioniert das. Das funktioniert besser das. Und ich dachte so, wow, jetzt ist es doch, dass du nicht viel, ich kann den Mann nicht mehr sein. Ich spazierst noch, auch friendly, aber bei mir fehlt es noch, dass ich sie in Ordnung sagen kann, auch noch sein können. Ich kann den nicht mehr sein. Wir sollten das von hier, bei der Armüten neun. Und ich kann nicht, und wir spazierst noch. Und dann fangen wir an zu excusen. Fangen wir an zu excusen. Weißt du was? Wir haben hier eine Drehung geschauft. Und du schaffst gleich nicht. Wie ist das so? Das wird nicht so. Das wird nicht so. Und dann, ab 1.50 Uhr, da war ein Erdreden, wird die Tabiten. Und dann seht ihr früh, weißt du, wie du in der Kirche, Remodeler, und jetzt wird du in Korto gewachsen, und jetzt haben sie den Breaker durch. Das stammt nicht, was einer der anderen da vertalt. Und dann habe ich gesagt, erneut dich bei meinen Frühen. Ab 1.50 Uhr hat meine Frühen und ganz dicht bei dir gesagt, dass ich mein Barsch gesagt habe. Und wir werden dort wieder Stocktüster. Stocktüster wird auf der Bahn. Und ich fang an mit meinen Frühen und bete, dass ich weiß, wo ich bin. Und die Lieder müssen immer lächeln. Und dann weiß ich, nein, diese Lieder werden etwas verstärken. Das werden etwas verstärken. Aber in Kripple, ab 1.00 Uhr ging der Früh mit meiner Frühen in die Kirche und in der Krabassel und da haben bett, dann müssen sie lächeln. mehr. Das würde ich nicht noch handhaben, wenn das hieß. Und dann habe ich meine Frühen gelegen, dass ich mit meiner Nerven und ich habe so gelegen und dann eine Kassina und dann ich wollte Juni in Kassina sein. Dann fangt der an Tanish hier und wurde alles in so sehr übrigens nicht dort wurde schlachtet gewagt, bloß nicht fern Sinn und gehauen. Weil es sei verbraut ein Arim ist ein Rücksicht da nicht fern. Friedach Ja, ey, der war Friedach gehauen. Aber mein Punkt ist, wir wollten einzig Mal nur Gart harken und nur Städten fahren, wo wir an Zwischen dort nicht einmal grünzen sollen. Kein wohl leicht ist, dass wir grünzen sollen. Nein, für Gott mir nur das Städt leben wollen, und dort lehrt mich dankbar sein, für wer Gott in meinem Leben ist. Und nicht bloß dort, dort lehrt mich dort, wo ich dort bin, dass ich am gehorsam sein, und Menschen besiegen da, mit Gottes Käng hat sein, dort sehen, kann Verfall utschenken, dass er geplant hat, dass er uns Menschen mögt, er mögt uns zur Gemeinschaft haben. Wollt wie die Hauptsache ist, die Gemeinschaft bereiten das, aber wir uns dort mal abschreiben. Was der Hauptsache wird Gemeinschaft bereiten? Was? Plächerieren? Ja, das habe ich hier abschrieben. Ich bin in meinem Tent. Das ist das hier in der Bibel wird das sein, das sind. So froh, dass Adam und Eva gesündigt hatten, wo deuten die? Die wollen das Lächeln merken, nicht? Praxis des Lied. Die sind, die sind ewig. Und die sind, die können wir auf keine Weise verstärken. Und du sagst, Plächerieren. Plächerieren, dann war es auch persönlich. Ich rede nur von Jahren. Aber ich persönlich habe mein Leben vierten Dinge abgeriebt, die nicht reich werden. So vierten. Und es läuft wichtig, dass wir dort bekamen, wenn wir solche Dinge haben geholt in unserem Leben. Wenn wir dort nicht bekamen, können uns nicht mit geholt werden. Ja, das wird einmal verhören nach, dass das los wurde. Was noch ein Denk ist, aber sage ich mich mal noch ein Denk, was Gemeinschaft ist. Plüderie. Plüderie, das sehr important. Dann haben wir das ab höchst die Afterreden. von den anderen Schlag verteilen gehen, dort nicht bloß die Gemeinschaft, weißt wann die Gemeinschaft dort verredet? Ein Sein. Ein er Gleich verhören, wenn ich gerne was sagen gehen, weißt was, zu denen, was du sagst, den jammert das fliege immer Jahren. Hast du mal ever gedacht? Wenn du den dort so ho bepriesen das, wow, weißt du was, hey, weißt du was, es die Poveri, nicht? Das wird blüder rie, das Bild dreht sich, du an der krank den blüder in der dreht sich, du hast vielleicht geruts gehen, weh in den jammert oder jammert das die dem so rauf ran das. Weißt wort er kann ein man , ich noch in hand schrieven, an die Gemeinschaft zwei merken wird. Mit Gott sind keine Gemeinschaft. Liegen? Definitely. Dort kommt er mit an, ich was hier kann schrieven, Lügen. Lügen und Sünde die passen im Bett auf, weil ich habe gesehen, ich noch mal fange verliegen. Wie bekannt dort, dann es wipes away. Aber ich habe hier das ist ein sehr sehr welcher denkt. Und das wird lang. Ich wird lang beleidigt. Wann warum ich hat so höhere expectations in der Quark beleidigt? was war so beläht ich expect du in der Quark der würde mir Anerkennung geben. Ich hatte Merk Geduld von Gottes Wurden. Ich hatte hohe expectations in der Quark. Wenn ich von einem Morgen verteilen, ich wollte nicht sein, da ist ein bekannter Morgen. Und was war der hat den Quark mal ein Bett vermahnt. Der hat nicht gut sein sein hat in der Quark vermahnt. Und weiß was das von der Tag beleidigt. er war dort. Er war dort alles in der Quark. Der Mann stößt es dort rauf rangen, den Glück zu sein und was immer. war das lief tüß. Der ist in der Früh, der ist in der Kängel, der kommt der Quark aus beleidigt. Das ist ein Säure, welches denkt, was die Gemeinschaft mit Gottes in Deutsch denkt, wenn ein Mensch beleidigt ist. was mit an oder sich bloß kreik selbst. Wem der hat noch was mit an? Was? Die Familie auch oder Definitely. Die let das sein auch. Ich war. Was hat er Ja, ja, oh ja, sie dort hat die Gemeinschaft mehr. Ja. Ja, ja, weil ich hier zum Schluss noch von meinen Ohrbärer wurde vertreten. Nicht meine das sind die Wirts Ohrbärer und man auch Ohrbärer und die zum Schluss noch von der verteilen. Mera, Und dann, wenn das ein anderer Ohrbärer ankommt. Weißt du, was er ankommt? Dann hat die Beamhack den Unterwirt auf Vier gegründet, hat er den Allsinn in der Weideau verteilt, tätig zu machen. Das steht mir gerade der Weideau ab dem Mond. Dann kommt er da und bringt der Weideau, dann kommt er da noch mich und ich probiere mein Dach an zu starten. Und dort wollten wir den Dach an zu starten. Weil dort einmal alle im Schwung ist, dann musst du nicht distract sein, weil alle haben heartaches und Dinge. Und was war mir dort? Wenn die dort zum Morgen haben, kam ich von dem Arm, weil dort war mir dann im Kopf und brämmt, und dort schickte ich so ein Mensch die Gemeinschaft zu vermitteln. Ich sage, und der Unterschied von den beiden Jungs, ich konnte hier in meinen Gedanken, ich konnte einfach so sein. Der eine, der kommt an und grünzt, und wir reden dort, und von dem wird mit Furt drehen, und er merkt, dass es mautig und schafft, und jeder weiß, er spricht einem da im Bett, und man merkt, dass er ein Unterschied hat. Ich würde uns mal merken. Einer hat den anderen, weil wir im Segen sind, weil wir den anderen nicht verjömerieren, weil wir den anderen hier haben bringen. Dass der andere Menschen mit uns kann mutig sein. Wenn irgendetwas war, weil wir den auch haben, weil wir nicht Platz drinnen und da brauchen, herau, mit dem Motivraum, am Aradotet hierbei, weil wir den nur Jesus bringen, der ja von uns, und ganz mir gehört. Weil wir Gott präsen. Amen.